hey Leute, willkommen zu den Wald, wir sagen heute Kurs mit deinen aka X Killer Chicken oder wie man ihn auch irgendwie... ...hain-könig über 30... Jo Leute, sag mal, hi und vieles Dank, vieles Dank, sehr vielen Dank, dass ich bei dir, wie du das mal mitspielen darf, ne? Und das weiterhören, wir haben schon Kurs. Ja, und Leute, keine Sorge, der Rage ist Standard. Das hat er mir vor die Aufnahme gesagt. Also es ist nicht unbedingt jeder Fall, also es gibt mal wirklich ein paar Runden, die sei ich ganz cool, aber... Komm mal zu den Call, ich baue Gott ab. Ich baue Gott ab. Keine Ahnung, ich baue Gott ab. Ich hoffe, ich glaube, ich baue Gott ab. Also wenn ich den jetzt krieg nicht, ich bin der King, schwörst ihr? LOL! Ach so, oh scheiße, es bist du gar nicht du! Nein! Aber ich dachte... G fucking G, Alter. GG, auf jeden Fall. Ey, ich hab schon... Ich weiß, es war zwar ein Chor, man soll es eigentlich nicht schreiben, aber mach ich trotzdem. Und er ist ja nicht zum anderen Chor. Ja. Guck mal auf jeden Fall. Wenn ich den jetzt auch krieg, dann bin ich der Boss über die Busse. Nein! Und ich lau wieder runter, Alter! Ja, ich bin es. Nee! 3, 2, 1... Und ich hab den Punkt. Boom, 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 boom! LOL! Das war die schnellste Runde, die hat zwei Minuten gedauert, circa. Boah, wie lange ich guck. Auf jeden Fall... Das war echt ne gute Runde, wirklich mein GG. Ja, ich habe beide Kurs abgebaut, mega schnell. Das war vielleicht schon gut. Ja, dann machen wir noch, und dann machen wir noch. Bis gleich. Bis gleich. Wir sehen uns gleich. So, Leute, wir sind sie in Runde Nummer 2 auf der schonen Map, die ich nicht den Namen kenne. Welcome back to round 2. Oh, ja. Ich hasse den Start hier auf diese Map. Dann müssen... Fah nicht. Ich war ja noch ganz auf der Map, geh. Ich hab die noch nicht gespielt hier. Ja, komm, bist du bei mir eigentlich? Ähm, ich... ja, denk schon. Ich weiß mal, wundervollen. Tsch, tsch, tsch. Auf jeden Fall. Freund... Freundikor. 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 Aua, also ist es. Nein, geht runter, geht runter, geht runter, geht runter, verbietzel. Verbietet euch, geht runter. Brauchst du hilf? Hier weg, Alter. Du verrückst nicht. Ich versuchte, Bozos, der Sie... zu schön weggehen. Und der muss geppeln. Der muss geppeln. natürlich klar waren wie ich sonst in einer abgebildeten ein abgestaubt das weiß nicht wie sie nicht und wie ich so gegen gemacht hat ist der Verwunden mit dem das Geschenk stelle einfach so gut das ist wieder ein bisschen schwieriger möchte ich sagen kann ja auch die Sonne das muss man so fast wird schon überhaupt der Welt ich bin aber schlagen und doch ich bin das ist der Exi-Killi-Chicken Schatten Nuggets ja bau zu ich baue ab du baust zu also ich soll zu bauen und du baust ab ja und stimmt's mit der Hand mit dem Handmikos also mein lieben Leute kurz zur Info ich hab mal so vor der Runde jetzt hier also in der Lobby habe ich mal so einen kleinen Mythos dass man sein Chor mit der Hand angeblich schneller bauen ne ist gleich ich würde sagen ich bin gerade weggeflogen und baue jetzt mit der Spitzagab ich merke keinen Unterschied richtig also irgendwie habe ich das Gefühl das war gleich ich weiß jetzt nicht ja gut ich kann es ja im Schnitt sehen ob es gleich war dann wird es wohl stimmt du bist noch zum Backcore oder wo ist der andere? ganz weg oh ja cool Juju GZWF ich kann auch nicht zippen ne machen wir jetzt noch eine Runde? ja klar ja klar hängt noch eine hinten dran wäre super ja bis gleich bis gleich ciao so wir kommen zu der dritte round mal gucken ob die genau so schnell geht das ist jetzt eine größere Map also mal darf ich weg bauen? oh ne wo was bauen? oh baust du schon? ne das wisst nicht du ich bin rechts ich bin rechts ich bin rechts komm rechts schnell dann kriege ich ein bisschen falsch an das ist die Map hier machen wir da also ist der Kurs Map gell? ey treff ich nicht oder was? hab ich keinen Sound? warte ich nein kann ich den mal treffen? ne ah ok ich hab's gut alles gut ach das ist ja nun doch man so da ist weg hab ich gekillt bist du rechts? ich bin rechts ganz sorge ich bin eben hinter dir jetzt mittlerweile aber ja komm schnell Pfeile einsammeln und dann rushen rush 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 hast du's grad gehört? Alter was war das ein click speed? das hab ich's mir nicht angehört wieso sie so taugend prozentig click speed oder so ja ich klicke mal die leute sagen ganz so was ist mit dir los du klickst ja wie ne keine ahnung wie irgendwas so war? ok die müssen wir sein haben easy guck mal das juckt ja einfach nicht die bleiben da einfach am spawn stehen da fühlst ich mich einfach wieder ok ja ja Taschen ne keiner also ja ich hab' dich beschützen ich wüsste bis ja ich würd grad sagen bis wie Steam mal kommt es halt komischten 10 mal abgebaut und jetzt kommen die oh mein Gott ja jetzt kommt einer jetzt kommt einer jetzt kommt einer einer von wieviel leuten sind das im Gegner im Team äh nex ja irgendwie so ich geh von hinten ich geh von hinten kommst du mit? ja klar hier ist ein Jump hier ist ein Jump du sollst du kurz die Mitte die es holen? wird eine Waschel ohne werden oder so noch nie mehr jetzt so allen in allem ohne Cut Grad haben wir 10 Minuten ich jetzt? ja wow bist du bei mir überhaupt? nein 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 Mann der schlägt mich runter schlägt schießt mich runter ey ich war gerade auf mich zu dir ich wollte mich dazu zu dir bauen so uns decken geht dann es macht der schießt mich natürlich runter schlimm heutzutage echt schlimm ja ich brauche jetzt ein Korb von denen mach dies wenn die jetzt nicht kommen ne dann dann neulich auch keine Ahnung weiß ich auch nicht weiter neulich auch keine Ahnung 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 17 15 2000 zwischen 15 15 15 15 15 15 27 wird mal wieder wieder zu werden Prozent Tomy zum Rechenkorps umlegt der Sturz das ist ein Problem wieder das so bitte macht und welche alle von uns kurz mehr nicht haben getroffen auf Fliegel hat die und noch machen er darf nicht hat er den Korb ich meine auch nicht aus diesem Jahr sieht so aus dass er sich bekommt die rechts mehr es abgibt wir haben ihn ja mit doch nicht was die hallo was sollte es auch leben und ich er hat ihn nicht hat nicht ganz Sorge wenn das Geld hat ich die Schädigen in der Luft getroffen aber Reit jetzt reiten sie noch schon mal als Jürgen so recht noch stehen und natürlich auch hier runter ok 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 da ist niemand dann habe ich keine Ahnung was die wollen er ist hier nicht, er ist unter mir guck mal wie einfach das gleiche Stormtrippen hier bei uns geh doch weg alter bist du behindert mann ey wie scheiße kann man sein dann komm jetzt left call alter ich hoffe gerade wegen einer Sorge hast du ihn sind da zwei? nein das sind zwei ja und ich glaube die werden es wahrscheinlich haben, die müssen den Nennts haben oder? ne gut ich habe das nennt man Skills ok er hat sich nicht jetzt ernsthaft jemanden naja Lederrüstung ne oder? wo ist die Logik? woher? hat er gerade ne Lederrüstung? das hat's heute Lederrüstung, wo ist die Logik? oh ich hab ihn runtergeschlagen da wird sich so aufregend oh shit also Raikos sind die scheiße ach komm ich bin mir eh zu ok GG die haben den nein 2 nee auch nicht ich hab ja nicht GG bin ich nicht so bieten ab, wie ist man ehrlich? wir haben da nicht, keine Sorge alles gut gut draußen schreibe ich einfach so GG ist alles gut 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 ich würde sagen, jetzt reicht mich mal ja ich auch ey komm ich hier einfach so gut inkompetenten kann ich treffen oder wie? was? hat doch vier irgendwie vier ach komm die sind genau so schlecht wie äh so nervig auch komm komm Leute ey 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 also Leute dafür dass ich jetzt gestorben bin, lass ihn bitte 10 Likes da vielleicht schaffen wir so vielleicht schaffen wir sogar um die 100 Likes, wenn wir nicht so weitermachen wenn ich auch so weitermachen, dann haben wir auch gleich die 30.000 Likes d voll jetzt reche ich mich, jetzt hab ich kein Bock mehr waren drei Leute, ich konnte 2 Kill, sorry wo bist du und Commit? nee mach noch mach mich ich bin da mit so siehst du mich? bitte bis gerade 100 folge mit auch mit kritiker wie das ist einfach so durchrennt da einfach so durch unsere base durchrennt einfach so ist und juckt ihn nicht ohr ein bisschen zu nun nein nicht mehr okay wo bist du ich bin jetzt auf dem Weg zum rechten Chor von denen ich komme dann jetzt auch okay er und jetzt wie wir tot also leute sind 20 slags oh oh mein gott alter ich bin runtergefallen und habe ihn auch in der luft getroffen nicht getötet aber getroffen ohr nein 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 komm ja nein geh nicht rein geh da nicht rein ich hab jetzt hier den muss ich jetzt eigentlich den muss ich jetzt Korn kann nicht nein macht machen die leute zufrieden Lunde in der Mitte von uns zu nehmen typen der meint und ich bin runtergeschlagen in Läuern kommers was die bereistung ist und ich habe mich nicht ja haben wir und die 2 1 und ich will mich für mich ja aber du kannst nichts machen also das war eine runde die ist nicht abgepackt er wo man geht sie sind hier einfach wird erster Leute also wenn die Runde jetzt nicht genommen wird es gut ist wenn ich mal ganz ehrlich ehrlich mein Arsch in der Tö ist die Läder ich habe gesagt es ist noch was sagen um nicht mehr nicht mehr mit mir in die Worte verloren als ein Tier fürs Zusehen trotzdem auch wenn die Runde sich genommen wird die könnte ich möchte ein Indie ohne Wittgen Prozent was wir haben so schon die Führer der Städte die Leidenschaften ich bin sechsmal gestorben 6 seit wenigstens Dafür, dass ich gesagt habe, ihr könnt Ja gut, machen wir 10 dazu Und dafür, dass ihr überhaupt YouTuber ist Dass der Sayatobi überhaupt YouTuber ist Dann machen wir noch extra 20 dazu Also mindestens die 80 Likes Ja, wir können auch 90 machen Dann wäre ich auch einig damit Ansonsten danke fürs Zusauen Ich spiele Farce Ich hoffe, es hat euch viel Farce gemacht Und bis zunächst Okay, schaffen wir die Mindestens 50 Likes Bis dann, ciao